wie jeden tag dasselbe video puzzle lösen irgendein hintergrundbild im moment kratzen und ja mir macht spaß heute lösen wir mittag den 6 november der 6 november schon wieder verdammt video 487 oder so was ich nie gedacht dass ich immer mal so viel machen werde also wir fangen mit dem da an den hatten wir gestern schon der ist recht gut und damit wir den da weg haben dann haben wir unten den mittag das könnte man zum beispiel mit dem da machen und dem da das geht nicht wegen der 6 da oben dann müsste man den hier zum beispiel hier hinsetzen ist aber wahrscheinlich auch nicht gut und wenn ich den da nehme dann kriege ich hier unten die 28 nicht weg so hätten wir den mittag schon mal und da hinten hätte ich das auch mal abgedienst dann können wir den zum beispiel hier hinsetzen den hier runter und den da nach hinten das ist wahrscheinlich nicht so gut ja dann hätten wir das da und dann bräuchte ich hier wieder so einen da den ich da schon gerade gebraucht habe dann müsste ich den da hin machen weil ich sonst den längeren da nicht mehr unterbringen ja das sieht gut aus das sieht verdammt gut aus und ja an einer recht guten zeit als ob ich was gelernt haben hätte mittwoch den 6 november in ja noch guter zeit recht gute zeit ja genau das hintergrundbild ist wieder mit dem also das ist wieder ähnlich dem was wir was wir gestern schon hatten es war ist auch fast der gleiche prompt außer dass ich jetzt gesagt habe soll es als öl bild machen im stil von hr gigo da hat er ein bisschen was da nach hinten gebastelt und so die katzen haben recht starke krallen gekriegt die augen sind immer noch gelb kratzen immer noch schwarz in der teufels will ich jetzt nicht unbedingt sagen aber ein bisschen vielleicht der eine blick da der ist oder ist recht böse und das eine halsband ist roh ja die frage ist wie gefällt euch das hintergrundbild schreibt es mir in die kommentare rein wenn ich irgendwas ändern sollte und was ich habe schon mal gesagt schreibt es mir auch in die kommentare und wenn ihr weiterhin meine videos sehen wollt dann folgt meinem kanal like das video klickt die glocke oder lasst es einfach bleiben ist auch ein toll dann besten dank dass ihr das video geschaut habt und wenn ihr wollt dann sehen wir uns morgen zum nächsten video ciao ja